Hier mal ein kurzes Tutorial-Video, wie man eine Notiz jetzt hier in Apple Notizen, wie man die ganz einfach von dem Apple Homescreen aus öffnen kann, ohne dass man jetzt hier, wenn man hier mehr Notizen hat quasi, dass man die eben suchen muss, sondern dass man die schnell finden kann. Und eben bei wiederkehrenden Notizen oder eben Notizen, die man sehr, sehr häufig verwendet, macht das Ganze eben Sinn, das vielleicht auszulagern hier auf den Apple Homescreen, dass man da quasi schneller rankommt und das schneller findet. Und dazu gibt es eben hier die Option von Apple, gibt es eine App, die heißt Apple Kurzbefehle und da drin kann man Automatisierungen machen. Und hier drin kann man jetzt quasi einen Kurzbefehl erstellen, den nennt man quasi wichtige Notiz, beziehungsweise halt so, wie ihr das bei euch, was ihr damit machen wollt. Und dann kann man jetzt hier quasi einfach Aktionen hinzufügen, dann jetzt hier zum Beispiel Notizen, die App suchen. Und jetzt sieht man auch hier unten schon, da wird jetzt quasi Notiz erstellen vorgeschlagen, da kann man quasi automatisch eine neue Notiz jedes Mal erstellen, wenn man das andrückt oder man kann die auch öffnen. Und grundsätzlich quasi, ich will jetzt hier, dass man diese Notiz quasi öffnen kann. Und das geht jetzt hier unten eben, wenn ihr die aufgerufen habt, kurz bevor ihr hier dieses Shortcut quasi eröffnen wollt oder erstellen wollt, oder dieses Kurzbefehl auf App, auf Englisch heißt der quasi Shortcut, heißt diese App. Und dann kann man jetzt hier unten quasi in dieser Liste auswählen, sehr wichtige Notiz. Und jetzt hat man auch schon hier quasi diesen Shortcut erstellt. Und jetzt kann man hier noch machen, indem man hier oben rechts auf dieses Menü-Icon quasi drückt und dann zum Home-Bildschirm hinzufügen. Man kann jetzt hier auch zum Beispiel noch ein benutzerdefiniertes Icon wählen oder sogar anstelle von diesem Icon ein benutzerdefiniertes Bild eben hinzufügen. Und man kann jetzt hier einfach hinzufügen drücken. Und jetzt sieht man auch schon, hier ist jetzt quasi diese wichtige Notiz als Icon quasi erschienen. Und wenn ich jetzt immer hier drauf drücke, geht es hier direkt in diese wichtige Notiz rein. Und das kann man quasi so automatisieren, beziehungsweise es kann so halt eine nützliche Funktion sein, wenn ihr da vier, fünf Notizen quasi habt, die ihr sehr, sehr häufig benötigt. Zum Beispiel, ich habe eine, wo ich auch mal zum Beispiel meine Friseurtermine einfach immer eintrage. Wenn ich einen Friseurtermin quasi gemacht habe, beziehungsweise wenn ich Friseur war, dann schreibe ich da das Datum rein und eben, wo ich da quasi war. Und dann habe ich so ein bisschen auch eine Liste, wo man quasi tracken kann über das Jahr, wie oft man zum Friseur gegangen ist und so weiter. Das heißt, es kann da diverse Use Cases geben, wo man das eben sinnvoll anwenden kann. Wenn ihr dazu irgendwie auch Ideen habt, eigene, wie ihr die nutzen könnt, könnt ihr gerne mal unten im Kommentarbereich mitteilen, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und das soll jetzt erstmal das Tutorial-Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein paar Dinge neu gelernt und ihr könnt jetzt mit eurem neuen Wissen eben in den Tag starten. Und ciao, ciao!